Wo hast du die Leiter hingeworfen? Die Lohnen, die Lohnen, die Lohnen, die Lohnen, die Lohnen, komm! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ja hier, 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 da, ich schmeiß die hier da! Ah, ah, oh, 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 oh! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captive Minecraft, in der Gomme gerade vor der Aufnahme einfach mal ein Ei geschmissen hat und es kamen einfach vier kleine Hühnchen raus. Da oben sehen wir zwei. Hier unten laufen alle her. Sehr, sehr geil. Warte mal, ich probiere es nochmal. Achtung, guck mal hier auf die Ecke. Oh, scheiße. Sehr, sehr geil. Aber ich habe mir in der letzten Folge bei Gomme, wie ihr es nicht gesehen habt, schon eine kleine Kiste gemacht. Die werde ich jetzt hier neben stellen und da werde ich ein Schild dran platzieren und die werde ich Essens Chest, nee, Essen nennen einfach, weil da kommt unser ganzes Essen rein, weil wir mittlerweile, schauen wir da rein, wir haben schon so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall verzehren kann. Echt jetzt? Ja, so ein paar Dinge habe ich da schon reingepackt. Weil ich brauche auf jeden Fall Nahrung. Oh ja. Und du hast hier den Bogen, deswegen habe ich noch drei Pfeile für dich. Die schmeiße ich dir mal einfach kurz ins Inventar. Ich habe schon neun Pfeile. Ich weiß nicht, ich möchte nicht mit ganz so vielen Pfeilen in die Hölle gehen, weil wenn wir dann Achievement dort bekommen und dann sterben und dann so ein Bogen mit tausend Pfeilen weg wäre, wäre natürlich nicht geil. Ja, das wäre echt nur geil. Hast du eigentlich ein Eisenschwert? Weil ich habe, glaube ich, noch deins. Achso. Na gut, dann habe ich jetzt zwei. Denkst du, wir können jetzt wieder in die Hölle? Ja, jetzt können wir wieder in die Hölle. Dann geh du mal, willst du wieder, auf jeden Fall, soll ich es mal probieren? Geh du einfach voran. Du kannst sonst einmal die Items davor, also bevor du da reingehst, einmal davor das Portal werfen, wie ich es halt gemacht habe und dann einfach... Ich schmeiße jetzt einfach da hinten auf dieses Stein... Wieso hast du da eigentlich so ein Cobblestone-Plateau hingestellt? Gämmchen. Weil... Du meinst da, wo du gerade draufstehst oder... Oder was meinst du? Ja, genau. Weil ich eigentlich... Ich wusste ja nicht, dass wir Leitern haben und Leitern bauen können, ja. So, ich geh jetzt mal ganz kurz rein, lass meine Sachen mal bitte da liegen. Da wollte ich eine wunderschöne Treppe machen. So, ich bin drin. Funktioniert. Ich geh mal wieder zurück und hol meine Sachen. Okay, ich geh schon mal rein. Wusstest du, dass man im Portal sein Inventar nicht öffnen kann? Ja, das wusste ich. Sehr, sehr interessant. Das ist mir gerade aufgefallen. So, ich mach mal eben... Und ich hör schon Gast. Ach, ist das geil. Wir haben ja hier auch eine Begrenzung. Ja. Das fällt dir jetzt auf, nachdem wir das fünfte Mal in der Hölle sind. Ich bin ja immer direkt gestorben. Da kann mir das ja nicht auffallen. Ja gut, ich auch. Vielleicht finden wir hier ja auch noch versteckte Truhen. Boah, das wär ja episch. Das wär echt cool. So, wir machen jetzt hier einfach mal so ein bisschen hier... Zack, 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 zack. Genau, ich bleib mal dir. So ein wenig zusammenbleiben. Ich nehm auch mal hier so ein... Für Tränke eventuell später mal hier. Hier schon dieses Nether-Quartz. Ich weiß nicht, das brauchen wir bestimmt später für Alchemie. Oder für was braucht man das? Ja, kann sein, ja. Ich hab keine Ahnung. So, das machen wir nochmal eben kaputt. Hier ist aber echt viel von dem Zeugs. Ich würd sagen, wir höhlen das Ganze hier auch erstmal so aus, wie wir es in der Höhle gemacht haben. Weißt du? Mhm, klar doch. Dann haben wir hier nämlich... Es ist da so ein bisschen Platz. Vor allem dieses Nether-Rack, das kannst du echt schnell abbauen. Also ich baue das grad nicht mit der Diamantspitzhacke ab, sondern mit der Eisenspitzhacke. Ich hab immer noch deine Diamantspitzhacke gefunden. Ich weiß nicht, ob wir die mal mitnehmen sollten. Also die brauchen... Ja, ich glaub, ich lass die auch erstmal... Die brauchen wir eigentlich nur für Obsidian, ne? Den Rest kannst du alles auch mit... Dings abbauen. Ich baue erstmal so weit ab, wie es geht mit der Begrenzung. Ach, da ist schon die Begrenzung. Ja, gut. Ich beschönige die Welt hier und begradige die. Irgendwie nicht. Ich baue ein paar Treppen. Ich laufe hier auch grad mal so ein bisschen rum. Ich mach jetzt einfach mal hier grad... Aber lass mal gemeinsam rumlaufen. Wenn du hier erkundest, dann komm ich mit. Ne, ne, ich... Wie kann... Oh! Glowstone, Glowstone. Was ist das denn? Siehst du das? Ja. Äh... Hier kenn ich nicht weiter. Pass mal kurz ein bisschen auf. Wir können nur das hier unter dir abbauen. Ne, pass mal ganz kurz auf. Ich will... Oh, jetzt ist grad kurz gerunkelt. Nicht, dass da drunter irgendwie lava ist oder so, weißt du? Ne, ne, das sieht nicht. Aber sieht nicht so aus. Ja, gut. Ich nehm einfach den Glowstone hier mit. Wow, 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 wow. Ach. Huh. So, da ist noch ein Glowstone und da noch... Ne, da komm ich nicht ran. Genau, da kommen wir ja später ran. Gut, ich baue mal wieder bei mir da ein wenig weiter. Ja, ich geh mal kurz in meinem Gang hier. Ich umrande das Ganze hier jetzt grad erstmal ganz kurz. Also... Da oben ist auch schon ein Pick-Zombie. Oh, oh. Ja, nicht angreifen am besten, ne? Nee, klar, klar. Nicht, dass du den hier... Warte, gibt's denn nicht Schief-Mint dafür, wenn man die angreift? Ich glaub schon, aber... Das wär ja cool, aber ich glaub... Ich glaub, das ist doch nicht Schief-Mint. Dafür braucht man erst so die anderen Archive-Mints, weißt du? Ja. Also wir müssen auf jeden Fall in der Hölle brauchen wir diesen Lohnstab. Und... Ich guck auch mal nach. Guck mal, hier kannst du schon nach unten gehen, ne? Genau, man kann da runter, aber auch hier hoch. Wo der Pick-Zombie ist. Da würde ich erstmal hingehen. Na, nach oben. Oh, oh. Der ist nicht nur ein Pick-Zombie. Das ist nur das Skelett. Oh, nee. Das hat ich bei Faro getötet. So eines. Ja. Das ist nur das Skelett. Hilfe. Oh. Guck mal, hier. Ich würde vorschlagen, wollen wir einfach mal hier hochgehen? Warte, ich sichere ganz kurz die Diamantspitzhacke mal eben. Weil das ist was, was wir auf jeden Fall noch brauchen im Projekt. Ich geh mal ganz kurz nochmal nach Hause. Jo, ich brach hier nur wieder alles schön. Ah, bring mal Cobblestone mit. Ein wenig. Wenn du noch was hast, dann bring die auch mit. Hab ich, hab ich, hab ich. Ich glaube, wir haben... Was? Ich wollte den coolen Trick mit der Leiter machen und ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab alle meine Sachen, aber... Alter, ich bin ja immer so Müll. Ich wollte dann wieder an die Leiter rangehen, aber ich hab's nicht geschafft. Oh nein, ich vollidiot. Ja, egal. Jetzt hab ich einfach mal drei Level verloren, hab ich jetzt. Aber sonst hab ich alles noch, glaube ich. Oder ich schau mal ganz kurz, ob ich alles noch hab. Oh, Con Crafter, ey. Okay, ich hab ne Schaufel verloren, das hab ich verloren. Oh Mann. Och, ich vollidiot. So, warte, egal, ich nehm jetzt mal... Komm, du vergisst auch echt, wie wir unsere Kisten sortieren wollten. Die rechts ist nur die Sache für wertvolle Sachen. Und da liegt da auf einfach mal neun Leitern und ein Sandblock drin. Werde ich mir auch so... Pff, was ist denn los mit dir? Die sind doch wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Ey, ich mach uns mal eben noch ein paar Leitern, ne? Ja, mach das mal. Damit wir in der Hölle da auf jeden Fall auch so ein bisschen... Ja, ja, klar, ich schaufel. On the way. So, da noch ein paar Leitern. So, hier noch ein paar, da noch ein paar. Hier noch ein paar. Und da noch welche. Jetzt haben wir ein Stack Leitern, das sollte eigentlich erstmal reichen. Cobblestone hab ich jetzt für jeden ein Stack. Diese Netherquards lass ich auch mal hier. Dann wollte ich noch genau Werkzeuge machen. Kann sein, dass du richtig viel Eisen hast. Ne, ich hab null. Ich hab gar kein Eisen. Aber in dem Ofen dürfte noch Eisen drin liegen. Ne, da liegt nämlich auch nichts mehr drin. Gar nichts mehr. Oh. So, ich schau mal ganz kurz. So, ne, hier ist echt nicht... Oh, doch, da war noch was. Okay. Super. Ich hab gerade noch mal richtig viel von diesem Netherquards gefunden. So, dann mach ich jetzt mal eben ne Spitzhacke. Ja, Netherquards hab ich irgendwie auch schon 20 Stück oder wie viel? Warte, ich schau mal ganz kurz. 16 Stück hab ich hier auch schon in der Kiste drin. So, ich hab jetzt Items gesucht. Was wollte ich denn noch machen? Ach ja, die Spitzhacke hab ich gesaved. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin auf Wehkomme. Ich helf dir. Ich hab mich nur erschreckt. Ich brauch jetzt gar keine Hilfe mehr. Heißt du, erschreckt oder erschrocken? Äh, ich hab mich erschrocken oder was? Heißt du, ich hab mich erschreckt oder ich hab mich erschrocken? Das frage ich mich, seit ich geboren bin, ey. Dann hast du dich versprochen. So, ich mach jetzt mal hier nochmal so ne kleine Wand, dass wir nicht auf dem... Weil jetzt ist die World Border ja schon so groß, dass wir auf der anderen Seite aus dem Portal rausfallen würden, ne? Mhm. Deswegen, äh, mach ich das da mal ganz kurz so ein bisschen, dass man da nicht rausfällt. So. Oh, weia. Ich hab jetzt mal eine Treppe nach unten gebaut, damit wir da mal vorbeischauen können. Wie eine... Ach so. Ja, ich hab ja extra Leiter mitgebracht. Ja, die bringen uns hier nicht ganz so viel, weil wir hier gar keine Steine haben, wo wir die dransetzen können. Komm, einfach mal wieder hier in die Hölle. Oh, ich dachte gerade schon wieder, du bist gestorben. Das dachte ich auch. Vor allem bei mir hat's auch... Ich bin gerade auch von einem Block wieder runtergefallen. Alter. Ist das krass. Das erinnert mich gerade alles hier irgendwie so ein bisschen an Skyblock mit diesen ganzen Treppen, die ich hier gerade baue. So, gar keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Na, ich bin auf dem Weg. So. Jetzt hier noch eben die paar Blöckchen hinsetzen. Jetzt kommen wir sonst auch nochmal wieder. Ich brauch noch ein Stückchen Nahrung. Ne, ich bin unterwegs. Bin sofort da. Oh, jetzt kommst du gerade wieder. So, ich bin drin. Egal. Ich geh jetzt mal eben hier auf Entdecker-Tour. Ich zeig dir mal, was ich gemacht hab. Ich laufe mal ganz kurz die Tripping. Sag mal oben oder unten. Wo möchtest du als erstes hin? Oben. Okay. Ich bin schon oben, aber hier ist ja nix. Ne, nicht wirklich. Da ist nochmal dieser Quarz in der Ecke. Da oben ist noch Glowstone. Den hole ich mir mal ganz kurz. Ja, und der Pickzombie. Den Glowstone da oben hole ich mir mal eben. Ich glaube, den Glowstone braucht man den später fürs Brauen. Ja, ne? Ja, kann man verwenden. So. Wollen wir nicht den Pickzombie mal angreifen? Bist du sicher? Okay, jetzt ist er abgehauen. Wir haben nicht mal ein Dia-Schwert, Alter. YOLO? Nein, wir haben schon YOLO gemacht, als wir ins Portal gelaufen sind und gestorben sind. Das war auch nicht so geil. YOLO 2? Na, ich weiß nicht. Sammel du mal bitte ganz kurz... Oh, die Glowstones da unten auf. Die da runtergefallen sind, okay? Ich höre übrigens Lohen. Sehr, sehr laut hier oben. Ja, die sind wahrscheinlich genau über dir. Musst du dich nur nach oben buddeln. Ja, die sind wahrscheinlich direkt über diesem Glowstone oder so. Hast du noch Leitern dabei? Ja, 54. Okay, werf die mal runter. Dann baue ich mir mal eben einen Weg zu dir nach oben. Wo bist du denn? Oh, die Lohn. Die Lohn. Die Lohn. Die Lohn. Ja, ich habe hier gerade einen Schuss gehört. Wo hast du die Leitern geworfen? Die Lohn. Die Lohn. Die Lohn. Die Lohn. Die Lohn, komm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, hier, 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 da. Ich schmeiße die hier da. Komm mal, komm mal. Ich habe die Leitern drüber geschmissen. Geh doch zu den Leitern. Nein. Wo sind die, wo sind die? Du hast sie. Ich habe sie. Ach, lol. Komm, schnell, komm hoch. Komm hoch, schnell, schnell. Komm, 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 schnell, schnell. Die Lohn greifen uns an. Nein, sie haben wieder geschossen. Komm, schnell. Komm. Schnell, 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 schnell. Oh, ich bin oben, ich bin oben. Ich bin oben. Boah. Komm, wir bauen uns hier ein Haus. Wir bleiben einfach hier. Ich töte sie. Scheiß mal, ja, nee. Du hast einen Bogen. Ah, ich töte sie. Töte sie, los, schnell. Ein Schuss hat getroffen. Noch einer hat getroffen. Noch einer hat getroffen. Er ist tot. Okay, aber genau unter uns ist noch einer. Was denn? Da. Lol. Da kommt auch gleich einer. Guck mal, wir schreien einfach wie die Pussis und ich hab noch gar kein Herz verloren. Du hast noch Steine, baue uns schnell zu. Warte, warte, nicht in mein Schussfeld rennen. Gib mir deine Steine, bitte. Ich hab keine. Du hast keine. Nimm den Quarz hier, Dings. Ja, Netherwreck heißt das auch. Nimm den Quarz. Ah. Jo. Hast du was zu essen? Nee, gar nicht. Nein. Wir sind gefangen. Scheiße. Der Typ ist auch hinter der Border. Ich möchte ja diesen Lohnstab von ihm haben. Ich hab Angst. Ein wenig. Ey, du Pöller, komm mal her nach hier hinten. Ey, wie gern ich dich einfach runterschufzen würde. Gib mir mal den Bogen. Nee, der ist gleich kaputt. Oh. Hä? Lol. So, was machen wir jetzt? Das hier. Ich würd sagen, wir bauen uns erstmal ganz kurz ein und ich beende hier meine Folge. Und dann seht ihr den Rest der spannenden Aktionen bei Goma auf dem Kanal. Genau. So, wenn es euch gefallen hat, diese etwas chaotische Folge gegen Ende. Wir haben aber wieder was erreicht. Und zwar sind wir in den Nether gegangen und haben den schon ein wenig erforscht. Und war auf jeden Fall richtig witzig. Die nächste Folge kommt morgen bei Goma. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss mit Ö.